Hallo zusammen, hier ist wieder euer Rigman. Ich bin zurück mit einem neuen PSA und BGS Reveal. Es sind ein paar Karten zurückgekommen von PSA und von BGS und wir fangen direkt ohne Umschweife an. Und zwar haben wir einmal den Nils und der Nils hat zurückbekommen ein paar Karten von PSA und das ist einmal der Ant-Man mit dem Rookie Recon Signature und die ist nicht numbered und hier gab es eine PSA 8. Dann haben wir als nächstes zweimal Next Day Autographs und zwar einmal Keegan Murray und hier gab es eine PSA 8. Schöne On-Card Autos natürlich hier bei den Next Day Autographs und wir haben Jabari Smith Jr. gleiches Spiel und auch hier gab es eine PSA 8. Natürlich super schwer zu graden, immer die Next Day Autographs genauso wie Recon 55 PT Paperstock. Not so easy, genau not so easy sind die Die Cards und das ist einmal der Markus Sayyush, die 15 von 99 und das ist Wemby mit dem Purple Die Card. Und hier gab es eine PSA 9, was natürlich ein super great ist für einen Die Card. Glückwunsch Markus, sehr schön. Dann haben wir als nächstes einmal den Patrick und der Patrick hat fünf Karten, glaube ich, zurückbekommen. Einmal der Ant-Man auf 25 mit dem Green Pulsar, Playing The Numbers Game. Hier gab es eine PSA 9. Dann haben wir Wemby mit dem Rookie Portrait aus der Recon und hier gab es eine PSA 8. Dann haben wir als nächstes einmal den Wemby und das müsste eine Base sein, die Prison Base von Wemby. Und hier gab es eine PSA 10. Glückwunsch Patrick, sehr schön. Dann haben wir den Ant-Man mit einer Donalds Rated Rookie Base 2020. Einmal der Ant-Man, auch hier gab es eine 10. Sehr sweet. Und zu guter Letzt haben wir einmal Chris Monopoly und das ist ein Dice, Dice Parallel, Luka Doncic. Und auch hier gab es eine PSA 10. Glückwunsch Patrick hier zu dem Great. Und dann haben wir einmal den Emanuel und der Emanuel hat zurückbekommen drei Karten. Einmal LeBron James auf 8 mit dem Green Choice. Sehr schönes Ding. Hier gab es eine PSA 9. Dann haben wir einmal auf 99 Anthony Richardson mit dem Orange Seismic aus Phoenix. Und hier gab es eine PSA 10. Sehr nice, sehr sweet. Und dann haben wir das gleiche nochmal auf 199. Dieses Mal ist es dann Red Seismic. Und auch hier gab es eine PSA 10. Also beide Anthony Richardson mit einer 10. Sehr cool. Emanuel Glückwunsch dazu. Dann haben wir als nächstes den Josef. Und Josef bedeutet Only France. Und Only France bedeutet einmal auf 10. Und zwar Mosaic, Rookie, Gold Mosaic. Und hier gab es eine PSA 9. Und dann haben wir einmal Cordside Select. Und das ist ein Zebra. Brutales Ding. Richtig schöne Karte. Und dann gab es eine PSA 9. Und die dritte ist nochmal eine Cordside aus Select. Und das ist auf 15. Neon Orange Pulse aus First of the Line. Und auch hier gab es eine PSA 9. Also die Triple 9. Einmal für Josef. Aber die 9 ist ja auch Franz seine Nationalmannschafts-Jersey-Number. Also PSA 9 immer gern gesehen. Wir haben den... Oh. Das checke ich jetzt erst, Leute. Die ist ja auf 2. Geil. Das ist mir nicht aufgefallen bei der Submission. Die ist auf 2. Und ja. Pop Century Autograph. Co-Stars Tim Curry und Aline Quinn. Und hier gab es eine PSA 9. Crazy, ey. Ich habe es einfach nicht gesehen. Tatsächlich. Einmal auf 2. Crazy, crazy. Wir haben den Sky mit einer Wambi und das U-Wave. Hier gab es leider nur eine PSA 8. Wir konnten jetzt nicht herausfinden, woran es tatsächlich liegt. Weil sonst eigentlich sieht alles ganz nice aus. Tja. Manchmal steckt man nicht drin. Greater Notes gibt es ja erst ab Express-Level, glaube ich. Dann haben wir den Ole mit zwei Karten von BGS. Und das ist einmal Franz Wagner mit einem Rookie On-Card Autograph aus Origins. Hier gab es eine 8,5. Autograph hat eine 10 bekommen. Dann haben wir das gleiche von Cameron Thomas. Und auch hier. Ne. Hier gab es eine 8. Autograph hat eine 10 bekommen. Und dann gehen wir weiter zum Dietmar. Der Dietmar hat einmal zurückbekommen Björn Werner. Einmal Björn Werner auf 5. Mit dem Freshman Phenems. Und hier gab es eine 8,5. Autograph mit einer 10. Also auch Short-Prens ist hier auf 5. Sehr schön. Und zu guter Details haben wir den Hannes. Einmal mit Grady Dick Gold Rookie Portrait auf 10. Und da gab es ebenfalls eine 8,5. Total schöne Karte. Der goldene Dick. Und das war es dann auch schon wieder für dieses Return-Video. Und lasst gerne Likes da. Kommentiert gerne. Lasst gerne ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Rickman. Grades. Bis dahin. 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 Bis dahin.